Leute, willkommen zum zweiten Video für dieses Jahr und Season 20. Ich habe mal alles zusammengetragen, was uns in Season 20 erwarten wird und was es für Gerüchte gibt, was passieren könnte. Nicht alles muss so kommen, wie ich euch das jetzt erzähle, aber einiges ist definitiv Fakt und wir fangen direkt mal mit der neuen Map an, die eigentlich in der letzten Season hätte kommen müssen für den Zyklus, aber aus vielen Gründen ist das eben nicht passiert und nichts macht mehr Sinn, zum fünften Geburtstag eine neue Map zu bekommen und ich gehe auch davon aus, dass wir jetzt Jahr für Jahr immer zum Geburtstag von Apex Legends eine neue Battle Royale Map bekommen. Zumindest für den Zyklus macht das so Sinn. Wir werden Distrikt eine neue Map eben bekommen und die soll wohl sehr, ich sag mal, stadtlastig sein. Heimatplanet oder Heimatort von Krypto und auch sehr Titanfall-lastig mit einigen Titanfall-Elementen. Was da aber genau passiert, wissen wir noch nicht. Es gibt keine Gameplays, keine geleakten Files, keine, was heißt keine geleakten Files schon, keine geleakten Gameplays von der neuen Map, was sehr, sehr schade ist. Wir sollten uns auch davon verabschieden, dass wir in Season 20 eine neue Legende bekommen, was ich persönlich jetzt nicht so schlimm finde, weil Respawn auch gesagt hat, dass sie Stück für Stück das ein bisschen zurückfahren, neue Legenden zu bringen, weil es irgendwann too much ist. Sollte es eine neue Legende geben, ist ganz hoch Chester im Kurs. Ich verlinke euch hier oben einmal Chester und seine Fähigkeiten. Achtung, die Optik und die Fähigkeiten, also die Optik sowieso wird nicht die sein, die ihr da in dem Video seht, aber die Fähigkeiten, die könnten so bleiben, könnten sich vielleicht auch noch verändern. Es könnte auch, falls eine neue Legende kommt, eine völlig neue sein, die wir so nicht auf dem Schirm hatten. Conduit war lange, lange geleakt, aber mit Fähigkeiten, die wir so nicht kannten. Das heißt, die Legs, die Respawn hatte mit geleakten Inhalten, Gameplays, scheinen gestopft zu sein. Mein Gott, das geht schon wieder los mit dem Sprachfasching. Wir haben es jetzt viele Jahre so gehabt, dass wir viele Sachen schon vor Monaten oder Jahren geleakt bekommen haben. Und das scheint irgendwie jetzt passé zu sein. Für mich als Content Creator ein bisschen kacke, aber für den Überraschungsmoment, was neuest in Apex Legends kommt, so kurz bevor die neue Season startet, ist natürlich eine feine Sache. Dann steht ganz hoch im Kurs eine neue Waffe. Ein Jahr ist es dann jetzt her, als wir die Nemesis bekommen haben und hoch im Kurs leider. Ich finde sie nicht geil, die Waffe. Und ich würde mir was völlig Neues wünschen, was Besseres, was nicht geleakt wurde. Aber die Fanatic Energy Pistol ist ganz hoch im Kurs. Und wie ihr seht, ist es eine Akimbo-Waffe. Für alle, die nicht wissen, was Akimbo bedeutet, du hältst in der linken und in der rechten Hand dieselbe Waffe. Der Nachteil, du kannst natürlich nicht anvisieren mit der Waffe. Das sollte klar sein. Aber du kannst entweder im Einzelfeuer rumballern oder du kannst, Moment, ich mache es einfach nochmal an, du kannst die Schüsse aufladen, gedrückt lassen. Seht ihr hier gerade, die rechte Waffe wurde aufgeladen. Du kannst beide gleichzeitig aufladen. Das passiert jetzt hier. Du kannst aber eben nicht anvisieren. Für Leute, die gut aus der Hüfte treffen können, ist das eine feine Sache. Diese Waffe ist ganz hoch im Kurs. Ich hoffe, dass es eine andere ist, weil eine Handfeuerwaffe will keiner haben. Wir wollen, was weiß ich, ein LMG. Wir wollen eine, keine Ahnung, ein Sturmgewehr, irgend sowas oder eine Marksman-Rifle, irgend sowas. Das wäre geil. Es gibt auch noch viele andere Waffen, die geleakt wurden. Spare ich mir für jetzt, weil es macht keinen Sinn, weil wahrscheinlich keine dieser Waffen aktuell kommen wird. Dann, neue Legende hatte ich erzählt. Krypto habe ich im letzten Video schon erzählt. Krypto wird in Season 20 sein Recolor bekommen für sein Erbstück. Und erstmalig seit 5 Jahren bekommen die Finisher, und das macht einfach nur Sinn, bekommen die einen Extra-Finisher. Für mich macht es mehr Sinn, dem Finisher dem Erbstück zuzuordnen, als ein Mythic Skin und einem Extra-Finisher. Beides ist geil, aber für mich macht es für das Erbstück mehr Sinn. Das soll kommen. Dann haben wir auch ganz hoch im Kurs. Der nächste Prestige-Skin für die Legende soll Octane sein. Ist schon länger bekannt. Und mit dem aktuellen Final Fantasy Event sind Files hinzugekommen für ein Prestige-Skin für Lifeline. Und da vermutet man auch, es könnte statt Octane vielleicht Lifeline sein. Geht aber eher davon aus, dass das in Season 22 passiert. Auch das Gerücht um das bekannte Rework, wie viele so schön Reborn sagen, was ich total... Na, egal. Es kann auch sein, dass in Season 20 das Rework für Lifeline kommt. Und ich glaube aber nicht daran, es wird garantiert in Richtung Season 22 passieren. Inklusive dem Prestige-Skin, so wie es bei Revenant war. Er hat sein Rework bekommen. Zusätzlich noch den Prestige-Skin als ein fettes Paket. Und so kann es sein, dass in Season 22 auch wieder keine neue Legende kommt, sondern im Mittelpunkt, wie mit Revenant Lifeline steht. Mit dem ganzen Schnickschnack drumherum, irgendwelchen Trailern und vielleicht wieder spielbare Inhalte. So eine Art Story-Event, was eine richtig, richtig fette Sache ist. Aber auch hier hat Respawn gesagt, das wird jetzt nicht alltäglich. Sie können sich das für zukünftige Legenden oder für alte Legenden vorstellen. Es wird aber nicht die Regel. Vielleicht einmal im Jahr könnte es auf jeden Fall passieren. Also geht von Season 22 aus und nicht von Season 20. Ein Battle Pass-Rework soll es geben. Es wird auch am Ende dieser Season wieder ein Vorbesteller-Battle Pass für Season 20 geben. Und in Season 20 Battle Pass soll es wohl angeblich statt 2, 4 legendäre Skins geben für Legenden. Ich habe jetzt nicht alle im Kopf. Valkyrie und Bangalore waren dabei. Die anderen beiden weiß ich jetzt leider nicht so genau. Kann aber sein, dass 2 Skins davon kaufbare Objekte sind, die einfach in den Gamefalls falsch zugeordnet wurden. Dann haben wir natürlich das Geburtstagsevent. Geburtstagsevent. Wir haben aktuell keine Ahnung, was uns zu diesem Geburtstagsevent. 4. Februar ist 5. Geburtstag von Apex Legends. Aktuell ist absolut null bekannt, was uns in diesem Event erwarten wird. Wir hatten es aber jetzt schon zweimal, dass es ein Collection-Event direkt zum Start gab, wo es Erbstückssplitter gab. Das allererste Mal waren die Preise, glaube ich, um 50% reduziert. Das wäre ja mal eine Überraschung, wenn sie das jetzt im zukünftigen Geburtstagsevent auch so machen. Weil beim letzten war es leider nicht so. Da waren es wieder die komplett 100% Preise, was ich sehr, sehr schade finde. Ranked Changes wird es garantiert geben. Und ich bin sehr, sehr überzeugt, dass es Justierungen an diesen Prüfungen gibt, wenn wir zum Beispiel von Gold auf Platin wechseln. Es gibt viele, die dieses System feiern. Ich finde das System auch geil. Aber ich finde teilweise von Silber auf Gold die Challenges, wenn du mit Randoms spielen musst, schon so schwierig. Wenn du nicht gleich in den ersten Runden einen Sieg schaffst, fängst du immer wieder neu an. Irgendwann schaffst du es sowieso mit ein bisschen mehr Zeit. Aber ich finde die Challenges schon in den niedrigen Rängen, ich sage mal, zu schwer, wenn du mit Randoms spielst. Wenn du ein gutes, festes Team hast, ist das kein Problem. Aber hier bin ich überzeugt, da wird es Justierungselemente geben, die das vielleicht ein bisschen balancen, dass das alles ein bisschen plausibler ist und für Leute in niedrigeren Rängen, dass es ein bisschen einfacher ist, wenigstens den höchstmöglichen Rang für sie zu erreichen. Aber es kann nicht sein, dass du von Gold auf Platin schon so eine, ich sage mal, unlösbare Aufgabe hast, obwohl du es eigentlich in jeder Season locker zu dir geschafft hast. Und du hast dann jetzt auf einmal so eine Schwelle, wo es dir extrem schwer gemacht wird. Klar, das trennt die Spreu vom Weizen. Keine Frage, ist vielleicht auch nicht so schlecht, aber es ist schon sehr frustrierend, wenn du es ständig nicht schaffst, dann wirst du wieder so ein bisschen zurückgematcht mit Punkten und dann musst du dich erstmal wieder bis an diesen Gap spielen, um dann wieder die Prüfung machen zu können. Egal. Ihr wisst, was ich meine, denke ich. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich noch irgendwas vergessen habe, aber das war soweit erstmal alles, was ich zu Season 20 zu sagen habe. Wenn es natürlich neue Informationen gibt, werde ich euch auf dem Laufenden halten und im nächsten Video möchte ich euch natürlich noch sagen, was ich in dem Überraschungspaket von Square Enix und EA bekommen habe, was direkt aus Japan zu mir an die Tür geflogen ist. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Der Endschau.